also wie gesagt du kannst probieren mit dem link aber wenn es hier würde ich glaube ich ein crafting table einfach hinstellen du hast es gott ok axel ist da rein und dann ist gleich schon sehr direkt dann schaue ich gleich mal und schaue ich später noch da bin ich sowieso bestimmt noch mal auf dem discord dann haben wir die erste schicht nach hunden endlich fast fertig also noch nicht mehr noch nicht zu früh freuen hier aber wir können dann nehmen obwohl ja doch wir können hier noch mal nähte machen aber den glaube ich so hin wo hier hinten auch noch die erste schicht wenn wir werden sklaven und da kam es in discord da schauen wir doch mal passt doch mit den türen ok ist gut und das court walter hydra ist auch da ja nice ach so das war das aus discord ich bin dass du gedreut ist und die benachrichtigung angelassen hast beim stream ist und benachrichtigung eigentlich immer ja ich meine dass er generell anzeigt ich hab dann so dass hier neue leute sind ja dass das finde ich auch ich hab dann server gemutet ja kannst du ja machen ist ja nicht deiner ja bin ich gemutet ja ok schön dass du da bist wieder wenn denn eigentlich noch so eine minecraft profi rolle machen ich habe ja schon die neuter profi rolle was ist das eigentlich für eine komische rolle die du mir gegeben hast äh zentus die hat auch nichts spezielles ne äh ich hab dir eigentlich glaube ich alle äh rechte gegeben hast du ah dass man nur mit mords links reinschicken kann du meinst hier auf youtube wie gesagt da bin ich noch nicht so drin ich mach das ja noch nicht so extrem lange hier aber eigentlich ich kann noch mal gucken bei youtube habe ich eigentlich eingestellt ich habe ja letztens extra äh den ganzen chat so umgestellt in den einstellungen dass alles reingeschickt werden kann jawohl jetzt wäre das problem ja das ne ja mich hat es halt auch gestört dass das äh hier meine leute nicht alles reinschicken können weil äh was wenn ihr mir was schicken wollt dann äh ne ja vor allem weil du dann einiges nicht gelesen hast was ich lesen konnte das ist richtig das scheint ja jetzt nicht zu sein ähm sonst machen sonst kannst du den link so reinschicken dass du die äh punkte einfach durch leerzeichen ersetzt oder so ein DC-Bild ist nicht per Zufall Kenneki aus Tokio jetzt muss ich mal ganz kurz mein Bild angucken äh ne tatsächlich nicht das ähm das hab ich selber also weil das so sagt ist das klingt ein bisschen äh komisch das hast du selber generiert äh genau ich hab da das hat aber auch echt ne Weile gedauert bis KI mir das ausgespuckt hat ich kann das glaube ich einmal muss ich grad mal gucken wie dann kann ich das einmal in groß zeigen dann erkennst du das ich weiß nicht wie man das auf Discord da kann man das glaube ich nicht ganz so groß sehen ähm hier Bilder Bilder da haben wir den äh jetzt muss ich noch einmal schauen wie ich das das ist hier so eklig jetzt kann ich den tag nicht verschieben klein moment ich habe sofort meine meine werten ich muss hier noch ein bisschen hin und her schieben also sie hat mein kopf wir müssen glaube ich mein kopf auch mal wieder schlafen gehen ich glaube das machen wir mal eben kurz und dann ist das gebäude und dann gucke ich das bild einmal anzeigen kann hat jetzt auch eine weile in meinen videos mit drin habe es dann erst mal wieder rausgemacht qr-code geht nicht welcher qr-code ich kann nicht bei dem link von youtube von einem kanal rein und auch der qr-code also ein qr-code habe ich glaube ich gar nicht gemacht mich ein qr-code habe ich nicht gemacht auf den link solltest du eigentlich drauf können er ist aktiv da ist der hydra gerade auch drauf jetzt aber hier dass das bild die kann ich das denn mal gerade was gerade gemerkt was passiert ist du hast mich wahrscheinlich geschlagen oder so ist mir gerade auch ich habe den nicht geschlagen ist mir gerade auch ich habe glas über die platziert eben machen wir mal so einen schicken namen hier ich habe es gleich ganz entspannt die werten eine kaps gleich so ich glaube ihr seht es ob ihr seht es jetzt hier schön mittendrin das habe ich mal so in der art ich habe das noch ein bisschen abgeändert hinterher das ist jetzt die die überarbeitete version so habe ich das war erstellt von oder erstellen lassen von kai gott was denn ein komischer lottag ja ich wollte das noch ich wollte es auch noch ein bisschen weiter ausarbeiten deswegen zum spaß gut gab es das jetzt schon eine ganze weile nicht mehr so dann entfernen wir das wieder wolltest du nicht dann mein kopf ein bisschen überarbeiten ja das ist alles ja das das sind alles so sachen erst mal habe ich die und wenn ich dann mal wieder zeit und lust habe oder eine inspiration dann aber ich da auch weiter dran aber ich google mal gerade ich bin ja noch wieder nicht in game und krasser name er sieht aber also da darf der sieht eh nicht aus jetzt bin ich ja auf nähe jetzt ist das schon wieder weg ich wollte noch mal richtig angucken tja ok google was die mecke hier so da sagt bilder der sieht schon recht ähnlich aus wobei der sonne so ein bisschen so eine maske hat zumindest auf einigen bildern hier noch so ein bisschen so eine maske und sein auge ist so ein bisschen was ich glaube ich habe davon mal was gesehen aber ich habe es bestimmt nie so intensiv geguckt dass ich mich komplett daran erinnern kann genug exkursen jetzt geht es hier weiter in mine kraft das hier auf was anderes zählt als den pausescreen die ganze zeit wirklich pause war das auch nicht aber die wollten zu wissen ja aber also die anmeldung kannst du nicht machen hast du denn account skype mit discord wenn ich beim letzten mal schon das probleme gehabt weiß nicht war das gehalten war das nicht hier die sei das was gehalten ich weiß ich nicht ja also du brauchst auf jeden fall account dafür damit das funktioniert ja ich muss dann mal oder so weiter war und daher das stimmt ja da auch erstmal weiter dann mache ich eine eigene fahr ein feld für algen ich bin ja schon die ganze zeit dabei eigen fahren das jahr ist jetzt darauf bezogen dass du den account hast wahrscheinlich dann ich kann noch mal nebenbei dann hat sie jetzt noch mal ganz kurz hier minecraft pause screen ich kann noch mal ganz fix schauen das sollte nicht nicht lange dauern auf meinem kanal wenn ich auf den link gehe ob der noch aktiv ist ja weil der sollte eigentlich noch aktiv sein wenn ich da drauf dir wenn du erstellen hast noch erstellt dass er kein zeit limit hat das habe ich stimmt aber ich habe jetzt so sicher noch mal geguckt dann hast du eben sicher geguckt ja habe ich jetzt auch dann ist ja gut reingemacht der linke klappt es geil hast du dies hier offen ich weiß nicht sonst kann ich den link noch mal hier rein schicken vielleicht macht das ein unterschied so ich habe euch den link hier noch mal reingeschickt ich weiß nicht ob das einen unterschied macht aber ja ich habe nur handy auf dem handy gibt es aber auch eine discord app die gibt es auch gibt auch online also als app als online oder wie auch immer so ist das okay können wir noch mal ein paar blumen verteilen die hast du dann weiß ich dann zur größten notwendig einfach mal an den disco support ab denn einfach mal eine kurze nachricht er hier das funktioniert nicht ich kann nicht ins schloss von nord dark rein das ist wichtig dann helfen die dir bestimmt so alt im handy spinnt der link manchmal kann sonst jetzt ist die ganze zeit hier mein kopf pause screen da ist auch nicht so geil kann ich nicht manuell leute hinzufügen oder einladen hier mitglieder skiten wie ist denn dein discord benutzernamen da kann ich dich hier so einladen dann kannst du so das hinzufügen 26 blöcke werden die hoch die dinger im wasser naja hast du forschung sagt ja dass das hatten die im dingens projekte die ganze zeit gesagt deswegen hatte ich das noch so grob im kopf also wie gesagt skypen wenn du dann wenn du deinen namen einmal reinschreibst dann kann ich dich dann kann ich dich so noch mal hinzufügen dass es sollte kein problem sein okay das ist sehr hoch wo ich mir will nach komm am paar jetzt verloren aber was schon auch ein paar herzen sind doch doch kleengeld ne ganz so viele also 31 person habe ich halt nur ist das 26 plus 4 17 17 rüstung ich habe nur natürlich also ich habe keine rüstung an und habe 17 rüstung ich habe sieben aber hast du rüstung an ja ja ok wenn ich keine anderen habe dann kriege ich keine rüstung dazu also weil ich habe ja auch gar nicht gefahren die ganze weile so wie du und dann eben als zu leveln alles stift und papier damit damit funktioniert das kann aber nicht absolut muss wahrscheinlich einmal abschreiben und dann damit ja verstehe schon alles gut ja ich habe ja hier plus 20 armor zweimal gespielt und plus 10 armor zweimal also plus 60 prozent armor und ich habe durch meine klasse allein ja schon natürliche rüstung dadurch erhöht sich das halt alles aber das ist so krass dass man das ausgehen kann so jetzt wollen wir dann langsam mal boden machen boden aus stein oder centus sagst du dazu muss doch selber wissen was was wir machen willst dann hat der sein kann dass du da inspiration hast ja das ist wirklich old school und ich kenne also auch noch irgendwie eine sache abschreiben und dann also wird man so viele sachen und so und wenn er noch mal ein normaler old schooler gehen will dann holt er sich ein meißen hammer und stein das kann man natürlich auch machen kann er richtig old school gehen und meiste das ist alles in stein rein das wäre doch ich glaube ich als bodenblock das wäre recht clean das machen wir mal ach ja das machen wir mal dann mach das mal naja ne mach ich nicht dann eben nicht ne 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 rei also ne ich darf gar nicht mehr ein ok ja das stimmt ur old school ur dann ohne haar wahrscheinlich ne so wie die äh uralte hydra dann kennt er das ja noch dann kennt er das ja auch noch ja der hat das wahrscheinlich erfunden kann ich mir gut vorstellen kannst du haben ja er hat das wahrscheinlich erfunden weiß gar nicht ob ich das hier gleichmäßig aus habe gerade ne scheinbar nicht scheiße hier kann das mehr ich bin noch nicht fertig naja ups hab ich ne Spitzhacke um das Glas schnell abzubauen joa da zum glück dieses clear leaded Glas kannst du schön abbauen ohne dass es kaputt geht ah das ist doch äh wundervoll das ist sehr schön jetzt schon das gefühl dass meine bodenblöcke nicht reichen rechts oder so nicht obwohl ich gerade das angefangen habe ne das reicht nicht gar nicht mein stack benutzer name ja oder ja genau dein dein benutzer name mit dieser nummer die da hinten dran steht da steht dann glaube ich ähm hashtag 1234 zum beispiel oder so hinter deinem namen also ich gebe man halt sicher dass der äh dass das auch der richtige account wirklich ist ja ja genau mit dieser nummer hol ich mir nochmal ein bisschen äh cobblestein 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 du hast noch kein sprunges gilt ne doch einmal doch ich kann doch die blöcke aber hoch springen deswegen habe ich da auch keine treppen gebaut ich wollte so nochmal ändern so ne dann funktioniert das da wieder nicht zack zack geht das angenehmer ob das glas reicht ist halt echt die frage jetzt ja sollte eigentlich für den Rest da so das müssen wir noch umwandeln den cobblestein das wandeln wir hier um wo ist er denn der schicke ähm zack den haben wir gerade genommen musst du gucken das musst du gucken aber welchen habe ich denn gerade genommen weiß er nicht hätte so ne so ne schicke wieso sehe ich den jetzt nicht mehr anstatt sich den namen zu merken und danach zu suchen wo meine leiste dachte ich sehe das auch vom vom aussehen her ne bei der ganzen auswahl ist das ein bisschen schwer bei der auswahl ist das wirklich ein bisschen schwer ja ich merke das schon dann gehe ich halt nochmal zurück die overlapping cobblestone teilt overlapping das ist nicht mal alphabetisch geordnet hier ja genau so klingst du den ganzen Tag ja so wie du ne ich hab dich doch eben nachgemacht ja overlapping schön schön brauchen wir auch mal ein brot nehmen wir mal das rotsteinbrot mhm zettel und stift scheint auch nicht so gut zu funktionieren heute ne also ähm wahrscheinlich die verbindung ein bisschen schlecht zwischen zettel und stift mhm und verdauert es ne weile also da steht tj und da unter steht 2013 t ja äh gesundheit dann ne mhm aha das sieht so schön gleichmäßig hier drin aus es gab es ja zwischendurch halt auch eine änderung dass du es ja anpassen konntest user name und so ja das äh das ist wohl true true human show ah ja so i don't know machen wir da nochmal so weit hin und die hier nochmal so ein ich hab die ganze Erde weg da sind so viele Nails in der Ecke gut dass ich immer als zwei Sticks Erde bei mir hab immer schön auf Tash auf Tash regeneration äh gebot auch hier also jetzt ist schon wieder mach mal ein bisschen platz hier danke bisschen luft zum atmen brauche ich doch auch mal miss was willst du what the hell wo muss ich drauf gehen ähm einfach auf geh mal auf dein Profil dann steht da wie steht denn das bei mir hier ähm hier bearbeiten gehen wir mal hin ist vielleicht doch anders mittlerweile weißt du nicht ich muss nämlich ehrlich sagen ich ähm bitte das jetzt auch nicht oder das ist das hier also ich hab halt zwei Namen bei mir stehen einmal der Anzeigename und einmal glaub ich der der normale Name vielleicht gibt's auch diesen Namen mit Nummer gar nicht mehr ähm kann das sein ich weiß dass was geändert wurde aber ne den guck mal du kannst auf du kannst auf dein Profil gehen und dann gibt's da so ähm Überpunkt Benutzereinstellung und darunter steht mein Account Profile Privatsphäre und Sicherheit und auf mein Account da steht dann dein Benutzername da steht der äh genau ich bin auch ein Discord also ich kenn mich da auch nicht aus Pentos kennt sich da immer aus mit sowas nö und das ist da immer äh nicht wirklich nicht wirklich Steine brauchen wir jetzt hier oben nicht mehr nein die ganzen Holzdinger die können wir dann nochmal so ein bisschen da mit rein machen aber vielleicht mal hier warte was ich konnte mal in den Schwimmmodus gehen Y da wollen wir nicht ne ja mir geht das grad auch nicht ist auch ne andere Taste ne bei mir geht's also bei mir war das auf Y das ähm bei mir ist das STRG das geht nicht mehr ne das funktioniert bei mir auch nicht ist auch egal gerade äh genau den Benutzernamen den äh kannst du reinschreiben dann äh würde ich da schauen dass ich dich hinzufüge ja soo gut dann der erstmal sagen wir noch so ein Obsidianbrot den packe ich in die andere Tasche rein dann hole ich mir mal ein Prismarinenbrot raus aber mach das mal lieber nicht Prismarinenbrot ist äh ist zu wertvoll ne also das musst du ein bisschen ne ne mach das mal nicht und dann geh ich in die Wasserfarm rein das ist gut das Boot dafür du mein Boot geklaut ne aber mein Boot fehlt wirklich gut passiert normal hab ich wahrscheinlich irgendwo auf dem Wasser stehen lassen hab ich sogar sehr wahrscheinlich auf dem Wasser stehen lassen ich sagte Brot aber nicht Boot aber gut ja trotzdem ich hab grad über mein Boot geredet du musst ja auch über mein Boot Bescheid wissen du bist beknackt ne tschüss mein Gebäude sagt da was anderes mein Gebäude ist wirklich schon schön zack den letzten machen wir hier nämlich entschulde ich irgendwie noch da da oben guck mal was ich gemacht hab war für eine riesen eigene Farben gebaut bist du gerade? auf dem Feld ganz hinten ja wo kommt denn dieser Wassertürm auf einmal her? ich sag doch eigene Farben sieht richtig komisch aus also rendert das nicht richtig rein das Wasser oder was ist da los? ähm das sieht das sieht super hässlich guck mal bei mir kurz ins Film bitte ich weiß nicht wie das bei dir so aussieht ja ich seh das ich seh das bei mir sieht das richtig aus das sieht richtig kacke aus hast du dir hattest du dir Sodium drauf gemacht gehabt? äh weiß ich nicht geh mal auf ey was machst du denn hier? geh mal auf oh nein geh mal auf Option warte ich möchte hier kurz erstmal das Schauspiel betrachten das ist schon so ein optisches Illusions äh bei mir wird es auch nicht angezeigt aber gut ich habe auch Shade an ne das ist schon wild sehr sehr wild aha irgendwie konnte man sich doch hinlegen wieso geht das nicht mehr ich konnte mich eigentlich mit Y immer hinlegen wer ist Dasion? das ist Map ja ich weiß eine Slowbound Weapon das hat sich auch wieder verändert durch die ganzen Alter das ist ja richtig riesig wenn ich mein Schwert hier hinlege hast du das gerade gesehen? das ist ultra riesig was ist das eigentlich für ein Schwert? Rare Arcane äh Claymore ne wie gesagt geh mal auf Option kurz ich glaube ich habe dieses äh Gedöns nicht was du meinst und bei Grafikeinstellungen einmal kurz reingehen nur ja sieht das hier so komisch aus keine Ahnung ja doch äh Skyten auf dein Profil sollte dann direkt dein Benutzername eigentlich stehen doch hast du also da stehen zwei Namen theoretisch dein Anzeigename und darunter dein Benutzername die können auch gleich sein eventuell das weiß ich nicht wie das bei dir ist du hast das drin aber habe ich? ja ich will jetzt erstmal mein ich müsstest du das wahrscheinlich einstimmen in Wasser oder keine Ahnung bei mir ja das ist mir ist auch egal also aber gut bei mir ist Shader an deswegen sieht es halt nochmal anders aus ich find's cool so ein Wassertank und da ist dann jetzt halt dass da Seetank drin wächst ich mach's also von hier hinten muss ich ehrlich sagen wenn ich da so ranzoome das äh dieses gestreifte irgendwas da im Himmel das naja ne also auf welche Taste zoomst du denn? C ist das bei mir bei mir nicht bei mir ist das auf V dann kann ich dann kann ich dir mal richtig schön nah in dein Gesicht gucken bei mir ist das auf V und dann mach ich das hier noch siehst du das? guck dann kann ich dir richtig schön nah in dein Gesicht reinkriechen wieso hast du jetzt iiih geh mal weg mit deiner Liebe siehst du dein Gesicht? ey ich hoffe zu haun ich wusste gar nicht dass ich so viel Reichweite hab mach auch mal V kannst du das auch? mache V du bist mein Pad du bist mein Pad äh du ekliger hau ab mit dir in eine scheiß Waffe ey ein bisschen schwer ich hab gar nichts gemacht und du schießt mich einfach ab jetzt stirbst du du hast mich doch auch einmal gehauen also hör auf damit jetzt ja und du hast mich zweimal abgeschossen einen kriegst du noch ich krieg keinen mehr schwindel einen kriegst du noch einen kriegst du noch einen kriegst du noch eigentlich müsste ich schneller sein als du und dich nach einer Weile einholen warum? ja wieviel 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 hängst hast du geskillt? speed ordentlich na kacke ich merk das schon wir sind gleich schnell jetzt habe ichs ja ok mehr wollte ich auch gar nicht mehr wollte ich nicht hier ist immer noch die Musik aber nicht nur hier oben du hast dir safe irgendwo einen Notenblock hingestellt so einen Musikblock hab ich gar nicht wenn du mich abschießt dann schlachte ich dich ich schlachte dich ich bin selbst tot ich lachte dich trotzdem das ganze ist komplett vergessen sooo da unten ist er da will er sich in seinem Wasserscheiß hier verstecken guck mal mein Claymore was ich habe der ist so ein Penner ja weißt du was ich ich finde schon ich finde schon einen richtigen Moment ähm siehst du den grünen Kreis mit dem hä? schickt darin ganz oben rechts achso das ist noch wegen Discord du ist das Gesicht hast mich ja Skytons Kopf ist kaputt und das äh nicht mal von einem Rätseln Apropos Rätsel haben wir noch eins? ne wie spät ist es denn eigentlich?